Die Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele ist ein wesentlicher Faktor für das ganzheitliche Wohlbefinden. In der Gesundheitspraxis Lauba weiß man darüber bestens Bescheid und hat alle Therapien danach ausgerichtet. Ganz im Zeichen des Mottos, Weisheit ist angewandtes Wissen, bietet die Praxis in Wolfratshausen ein umfangreiches Behandlungsspektrum. Dank der ausführlichen Kommunikation zwischen Therapeuten und Patienten wird eine punktgenaue Anamnese erstellt und so die individuell passende Therapie gefunden. Ob Homöopathie, Psychotherapie oder energetische Heilarbeit, hier sind sie in besten Händen. Ein Spezialgebiet der Praxis ist das Metabolic Balance Ernährungskonzept, dessen Teilnehmer hier auch mental individuell unterstützt werden. Viele Menschen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland vertrauen bei körperlichen und psychischen Problemen jeglicher Art auf die außergewöhnliche Herangehensweise der Gesundheitspraxis Lauba.